Unser Trio besteht aus drei sehr unterschiedlichen Instrumenten. Die Farben und Schattierungen, die bei dieser Verbindung entstehen, haben uns inspiriert für unser neues Programm SPHERES. Die Farben und Schattierungen, die bei der Schattierungen sind, haben wir drei Schattierungen gemacht, und Stefan Schroeter, ein Freund von mir, hat einen Amerikaner, speziell für uns. A côté de ces quatre oeuvres, zwei PIECES sind encore sur le CD, die am Répertoire normalen für diese Formation. Auf unserer neuen CD sind Compositionen, die alle von verschiedenen Musikstilen beeinflusst sind. Es sind Compositionen, die sich inspiriert haben im Jazz, im Minimal Music Bereich und auch in der klassischen, zeitgenössischen Musik. Es gibt eine dogmatische Idee, dass klassische Musiker keine andere Art von Musik spielen, außer klassische Musik. Erstens war es wirklich nicht so. die Leute können improvisieren, sogar kompösen und spielen, und gleichzeitig spielen. Das ist deshalb, wir wollten, aus dieser Schatten ein bisschen und die Repertoire zu erweitern. Prattere. Musik Untertitelung des ZDF, 2020